hallo liebe freunde willkommen zurück zu let's play gta online wir haben uns mal hier versammelt an der kiesgrube der makai lp ist natürlich auch wieder am start moin moin leute ja der greco ist auch dabei kirimichi ist auch am start der ist nur gemutet heute mal weil der hat keinen bock zu reden ja und der coldman ist auch dabei der jo hallo ah ja doch er ist so hype hier der hat nämlich gerade ein bisschen ein kill probleme haben umgenatzt er hat ein anreise problem hat seine visa nicht bezahlt stimmt genau zollgebühren ja was machen eigentlich mal überzähl mal ja wir hatten uns heute mal gedacht dass wir uns mal unsere flotten rennmaschinen krallen und mal die kiesgrube mal sehen was die so an stanz hergibt wird da was man da mal so mal so reißen kann und deshalb würde ich sagen dann nennen wir mal geradeaus rein in die grube ab in die grü... ins grübchen jihaa geht's los hier oh mein ich sterbe jetzt auch ich habe mein nein ich hab... hat dich platt gemacht tschakaa ist auf dir gelandet oder? kaff ich nehm's an ich bin ich bin zwar vom Bike gestürzt aber ja gestorben ist ein bisschen ich mach jetzt mal hier cinematic flip nein irgendwo auch nicht das einzige was am sterben eigentlich nervt ist dass man äh... tot ist ne? Da bist du ein bisschen zu Klappen, ne? Dass man hier wieder erstmal zu Fuß hier seine Karre einsammeln muss. Insofern ist es in dem Fall halt das Fahrrad. Äh, äh, Leute, 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 eine Frage an die Community, Sprachfehler, Community, wenn euch mal was, irgendwas einfällt, ein Anliegen habt oder was weiß ich was, ne? Vorschläge, Abschläge, Zuschläge, schmeißt es mir in die Kommentare, schreibt es mir in Steam. Ja, in Steam übrigens auch BikesLP, ne? Oder, äh, hier, naja gut, hier in PSN heiße ich NSBikes92. Aber, ja. Da eigentlich auch schon bei Facebook. Bei Facebook gibt es mich natürlich auch BikesLP. Ja. Facebook.com slash BikesLP. Also es gibt jede Menge Anlaufstellen. Oder auch BikesLP.de, dann kommt ihr direkt auf die, auf den YouTube-Kanal. Momentan wird bald eine Seite geben mit Forum, News, et cetera. Kommt bald alles. Äh, au, sorry Leute. Ähm, ja und BikesLP.com ist immer, 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 wird es die Weiterleitung zum YouTube-Kanal bleiben. Also, wenn ihr mal nicht wisst, wie ihr auf den Kanal kommt, einfach BikesLP.com und ihr landet auf meinem YouTube-Kanal. Joa. Äh, bloß mit der Page. Verzeiht's mir. Ich hab nicht, leider nicht so viel Zeit. Bin schon froh, dass ich die Projekte alle hier durchkrieg. Sind ja immerhin zwei gleichzeitig momentan. Minecraft und Let's Play. Äh, Minecraft und Let's Play. Ja, genau. Minecraft und, äh, GTA Online immer noch. Weil, für GTA Online hatten wir ja so um die 100, 130 Folgen geplant. Und deswegen, Leute, wir brauchen eure Hilfe. Was euch einfällt, haut's in die Kommentare. Und, ja, Kritik natürlich auch immer gerne. Und, ja, was weiß ich, was schmeißt's drin. Ich fahr jetzt hier gerade wie ein Idiot einfach durch die Gegend, weil mir schon wieder nichts mehr einfällt. Ja, dann, äh, kommentier doch mal, was du so machst. Ja, ich fahre, ich fahre, fahre, fahre mit meinem Motorrad. Und irgendjemand fährt hier mit dem Kipplaster? Also, ich plane jetzt einen Backflip. Wer fährt hier Kipplaster? Hey, cool, der fährt ein NPC. Du planst einen Backflip. Wo, wo planst du den? Das weiß ich nicht. Ich bin immer noch dabei, mir die richtige Stelle auszusuchen. Also, ich gucke, glaube ich, gerade Greco zu, der da gerade hinten irgendwo fährt und jetzt immer weiterfährt und ich ihn jetzt schon fast nicht mehr sehe. Au, 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 wen hast du, wer ist das da unten? Du könntest, wir könnten ja mal ein Let's Play machen, wo du, du im GTA Online zu Hause am Fernseher sitzt und dann kannst du zu den Leuten immer so umschalten. Backflip ist fehlgeschlagen. Backflip ist fehlgeschlagen, ja, ich bin auch erinnert. Kannst du mal alle so beobachten? Ich bin auch gerade hier kläglich gescheitert an so einem Eisenrohr. Gut, das lag vorher schon da, ja, die Ausrede kann ich mir sparen, das kam erst. Aber hey, ja Leute, wie findet ihr eigentlich unser Konzert? Das ist ja mittlerweile, ist es ja online. Wie findet ihr es? Oder, Jungs, was sagt ihr zu dem Konzert? Fandet ihr das gut? Also, es hat auf jeden Fall eine riesen Laune gemacht. Ja, schon, also ich, ganz ehrlich, ich habe mein Mikrofon teilweise echt ausgemacht, weil ich habe mich so weggeworfen teilweise. Ich muss mich ja auch beherrschen. Ah, ah, Backflip, erfolgreich. Ah, ich habe dich gesehen sogar, ich habe dich sogar drauf. Ja. Die haben wir mitgezählt, wie oft ich hier gerade sterbe. Ja, ich sehe nur dauernd, äh, Ui. Ich muss mich dann doch etwas auf die Straße konzentrieren und auf die Einblendung. Da, Mario. Hier ist er. Au! Äh. Da, schau mal, ich habe es besser gemacht. Und ich bin sogar schon im, äh, passiven Modus. Es, es war eigentlich sogar ein 360 Sidebackflip, aber leider nicht mit dem Motorrad, sondern nur mit, mit, mit dem Körper. Also Gregos war auch ganz cool gerade, den hatte ich noch so Sidebackflip drauf. Ja, klar. War der Hammer. Der hat gechillt. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kleine Tour zum Coldman, oder? Weil der tut mir schon langsam ganz leid. Ja, sollen wir den mal aus seiner, äh, Feindesumklammerung lösen? Ja, machen wir mal. Okay, aber wo, wo ist er denn? Wo hängt er denn rum? Äh. Ja, ich bin irgendwo in der Stadt da. Aber das ist komisch, aber das ist auch, ich bin im Passivmodus und der killt mich die ganze Zeit. Ja, das, äh, ja, erschießen? Nee, geht ja gar nicht. Wer, wer, wer killt denn dich denn dauernd? Na hier, der eine, aber ja, der erschießt mich. Ich weiß aber auch nicht, warum. Ja, welcher? Wie heißt der? So. Der hat einen komischen Namen. Ich hab mir den Coldman jetzt mal markiert. Ich hab mir den Coldman auch mal sich markiert. Los geht's. Ich bleib mal in der Position und, äh, dann kommen wir jetzt. Genau, halb mal in der Position. Jetzt ist mal hier ne, T13. Kriegst du jetzt hier mal ne anständige Crew-Unterstützung. Ne Mars-Crew. Äh, rotz mal mal los. Ja, der Mario versucht mich hier grad abzudrängen. Nee, eigentlich, äh, jajajaja. Versuch ich, versuch ich nur nicht auf die Schnauze zu fliegen, so wie jetzt. Ich hab's gesehen. Ich find ja Leitplanken in dem Spiel was extrem Überflüssiges. Ja, das stimmt, aber die können einfach zu einer Schaussituation, ne? Weil, äh, ja, aber die, äh, ich find jetzt nicht, dass die schwerere Rotenfälle verhindern, sondern eher, dass sie sie verursachen. In GTA? GTA auf jeden Fall. Das ist ja auch nicht okay. Im RL bin ich natürlich ein großer Freund von Leitplanken. Aber ich geb, ich geb dir einen Tipp, Mario. Ja? Wenn, wenn ich mit, äh, 200 Sachen gegen ein, frontal gegen ein anderes Auto fahre, bin ich tot? Ja, und ich noch über dich drüber gefahren. Ich sag jetzt mal dein Geld ein. Ja, nimm dir die 8 Flocken. Warte, aber ich bin so nett. Ich hol dich ab. Jetzt haben wir wahrscheinlich gleich wieder den Fall wie vorhin. Na, fast. Ja, fast. Ja, das war nice, ne? Ja, vorhin, also das war auf jeden Fall leider außerhalb der Aufnahme. Ich bin einfach mal so über einen Hügel gejumpt. Oh, jetzt muss ich überfahren. Was ist passiert? Ich hab nicht gewusst, dass der Mario dahinter steht. Ja, ich stand auf der anderen Seite des Hügels, hab gerade meine Knochen wieder sortiert und er landet mit seiner Maschine echt pressgenau auf mir. Also es war... War natürlich sofort tot, ne? Ja, klar. Aber es war geil. Es hat so geil ausgesehen. Schade, dass wir das nicht aufgenommen haben. So, und jetzt mal, gehen wir mal Stoff hier. Ja, ich hab ja noch versucht, an der Elgato da irgendwie die Filme rauszuziehen, weil der wurde ja groß mit beworben, dass man da ja, äh, ja, äh, ne? Zurückspulen kann und dann Aufnahme drücken kann, wenn man irgendwas cooles gemacht hat. Aber irgendwie hab ich das verkackt. Ich hab dann draufgedrückt und es war weg. Nein, ja, nimmt das Teil quasi permanent, äh, Das Teil nimmt permanent auf. Ah ja. Jetzt hat ja noch mein Fahrzeug zerstört. Das heißt, das Teil, das schaufelt auch auf die Festplatte echt ganz gut was drauf, ne? Ey, äh, hab ich da eigentlich schon gesagt von der Aufnahme, die ich gestern gemacht hab? Nö. Ich hab eine Stunde lang, äh, eine Stunde und sieben Minuten lang Rust aufgenommen und das waren gerade mal elf Gigabyte. Okay, gut. Also, ich kann dir mal sagen, sollst du mal sagen, wie groß das bei mir wär? Hätt ich, hätte ich eine Stunde Rust aufgenommen, wären das wahrscheinlich so um die eineinhalb Terabyte. Ja. Boah. Ne, also siebenhundert, siebenhundert, äh, siebenhundert Gigabyte, das würden schon sein. Haha. Ach, der steht hier vorne und der knallt jeden die Fahrzeuge haben. Also, ich versteck mich hinter Mario. Da hast du aber eventuell nicht lange Deckung bei meinem Fahrstil. Deswegen hab ich auch Bremsen. Ich kleb an meiner Laterne und meine Laterne an mir. Ne, ich kleb an meiner Laterne und siebenhundert und siebenhundert und siebenhundert und siebenhundert und siebenhundert oder irgend so was. Ja, die auch, ja. Und siebenhundert und siebenhundert und siebenhundert ich kann nicht mehr singen, echt. Du fiffst falsch. Ja, ich hab's grad gemerkt. Au! Du hast mich gedreht. Ne, hab ich nicht. Doch, du hast mich voll gedreht. Ach was. Na ja, du wolltest doch wenden, oder? Ey, übrigens, ne, Folge 920 sind wir schon, ne? Echt? Ja. Du? Ja, es wächst langsam. Time's running. Du hast mich auch gedreht. Jetzt hab ich dich umgeparkt, ja. Aber immerhin fast... Guck mal, an der Mauer steht wirklich schon mein Name dran, ne? So, ich donner da jedes Mal. Ich falle. Ich wollte jetzt grad... Ganz ehrlich, ich hab's jetzt echt geglaubt und wollte rechts rum. Okay. Schau mal, da kommt Coldman. Ja, der ist jetzt abgehauen, endlich. Da ist er, Coldman. Da fährt jetzt die Polizei am Halt. Und für die Mutti. Okay. Äh, halt, wo seid ihr? Ich hab'n Stern. Komm mal wieder gegen Laterne. Oh, ich hab' drei Sterne. Mario, wo bist du? Äh... Da! Hast du mich getroffen, ja? Ja. What? Da fehlt mir eigentlich, ich bin immer noch im Passiv-Mobo. Was? Was war'n das jetzt? Der Bulle hat mich jetzt grad einfach voll über den Haufen gefickt. Naja, wenn du Sterne hast. Wo sind die Bullen nun mal? Nein! Der Bulle ist gegen mich gedriftet, hat mich dann umgehauen. So, super. Jetzt, äh... Sohan. Hallo, Sohan. Leg dich nicht mit Sohan an, ja. Leg dich nicht mit Sohan. Ach, kommt, äh... Ich mach's. Ich brauch' ich, glaub' ich, Hilfe. Oder auch nicht. Ja, bin schon unterwegs. Kann mir mal jemand mein Moped bringen? Oder wurde das jetzt beschlagnahmt? Es ist, äh, die Spawn, die stand daneben, also geh' ich davon aus, dass es beschlagnahmt wurde. Nein! Hilfe, ich werd' getötet. Ah, au, au. Gut, dann fangen wir heute mal den Straßenkrieg an. Da ist einer gespawnt, komm, den schnappen wir uns. Ich bin mal ne geile Aussicht. Ich hab' keine Munition mehr. Leider seid ihr nicht mal an meinem Sichtfeld. Ey, ich hab' gerade festgestellt, dass ich keine Munition mehr hatte. Wenn wir welche kaufen, fahren schnell. Ja, wär' nicht schlecht. Dann spring bei mir auf, spring bei mir auf. Ja, komm her, zu mir. Hast du nicht gerade neben mir gestanden? Nein, ich bin tot. Ich hatte keine Munition mehr, das ist üblich verweckt. Da hab' ich dir Jack-LT13 als, also, zu mir geschrieben, dass ich ein Noob bin. Wer hat das? Du markiert? Ja. Nee, nee. Ich hab' nix markiert. LT13. Der hat dir geschrieben, dass du ein Noob bist. Jo. Und dann, das ist... So, zu sagen, den haben wir jetzt mal richtig eine rein. Naja, ist ja schön, dass er meint, du bist ein Noob und so, aber, ganz ehrlich, wir haben halt auch noch ein Leben, ne? Ich finde dieses... Ja. Dieses Wort Noob als Beleidigung so extrem abgelutscht, dass es mich eigentlich schon langweilt. Ey, aber weißt, was auch cool ist, dass diese Beleidigung im Bar, ne? Nein, was heißt Beleidigung? Dieses Wort im Bar, ne? Das ist eigentlich ein riesengroßer Schwachsinn, weil im Bar heißt im Balanced. Ein Spieler kann nicht im Balanced sein. Aus dem Grund, jeder andere Spieler kann das auch erreichen. Denkt mal drüber nach. Ich glaube, das habe ich jetzt noch nie gehört, im Bar. Ja, manche sagen, oh, ich bin voll im Bar. Aber im Endeffekt sagen die nichts anderes, als sie sind einfach nicht, äh, ja, im Balanced sind die halt. Aber ganz ehrlich, na, für so eine Aktion brauche ich Raketen. Ach, hast du wieder Geld verdient, ein bisschen. Ja, und ich muss jetzt auch mal schnell mein restliches Geld mal auf die Bank hacken. So schnell wie du es ausgibst, dann kannst du es in der Tasche lassen. Ne, jetzt habe ich nämlich, ich habe immerhin noch 22.000. Ich meine, ich bin ja eigentlich immer ein armer Schlucker. Das ist ja das Beste in der Sache. Oh, da steht einer von, nicht von der Crew vor der Tür, der mich voll mal um an den Haufen geschossen hat. direkt jetzt hier vor der, direkt vor der Tür. Zu mir war er nicht, da hat er mich nicht gekillt. Echt jetzt? Ja. Da hat er mich nicht gekillt. Der Juni. Helft mir mal mit ihm. Ja, der ist jetzt in der Wappenladen. Er ist, er ist, oh, falscher Mann. Oh. Warte mal, lass, 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 lass ihn mal leben. Er wird sterben, sobald. Ja, genau, paar Granaten reinwerfen. Der ist schon weg. Achso, der ist schon weg. Alter, Killzong. Was kam denn da vorbeigeflogen gerade? Das war ein Chat? Ganz ehrlich, ich komme mir schon wieder vor, wie der Vollnoob. Wer hat gerade schon wieder verfolgt? Wirst du von wem? Noch ein anderer Bauner-Bubi oder so. Johann und Jack haben sich gerade gegenseitig abgeknallt. Ja. Also ganz ehrlich, auf diesen Free-to-Play-Servern, ne? Ey, was heißt Free-to-Play-Server? Kostet ja nichts. Den offenen Servern, ne? Da macht Spielen echt keinen Spaß. Wenn du so ne Leute hast, die dir die ganze Zeit nur nerven. Alter! Ich hab dich gerasht. Ja, danke. Ja, ich frage jetzt mal Juni, ob er lange Weile hat. Wie lange lebe ich mir eigentlich auf, jetzt schon? 16 Minuten. Hat noch Ausbaupotenzial. Aber wenn ich mir jetzt ein Auto bestelle, ne? Ist er nicht auch für den Arsch. Juhu, ich hab einen Stern. Aber weißt du, was ich mir halt besorgen soll? Tag! Bam! So. Ich hab Juni platt gemacht. Jetzt einmal überfahren. Nee, warum? Ich bin ja so ein Verfechter, das einfach nur überfahrens, ne? Jetzt ist der doch da. Ah, scheiße. Jetzt schießt er auf mich. Hilfe! Nein, du erwisch mich nicht. Nein, du erwisch mich nicht. Mario, hilf mir. Na, er hat mich gekehlt, weil ich Weihnachten. Ich hab den grad den Heli umgedreht. Warte mal, lenk ihn ab, Mario. Lenk ihn ab. Ja, ich muss erst mal da zu euch kommen. So, ich hab ihn zusammengefahren. Was hast du? Ich hab ihn einfach über den Haufen gefahren, Lars. Ich hab ihn verstanden, ich hab ihn sicher angefahren. Oh, jetzt ist er mir ausgewichen, der Batzen. Ah, Juni ist gestorben. Der hat ja die Hand in den Bullen über den Haufen gemäht. Ja, aber ich hab ihm vorher auch noch eine mitgegeben. Ja, ich aber auch. Sorry, Mario. Ne, der ist nicht gestorben, der ist gekehlt worden. Ja. Alex, bleib er stehen. Warte. Warte, warte, warte. Ah, der killt mich jetzt. Sag ich doch, der killt mich jetzt. Hey, da steht ein Äther. Das ist wahrscheinlich Greco's, oder? Ja. Wo ist eigentlich die Keremichi abgeblieben? Jetzt hab ich den Bullen über den Haufen gefahren. Das kommt vor und ist nicht schlimm. Wollen wir schnell im Drive-In? Ich glaube, geht doch alle weg hier. Das ist was cooles an diesem Äther, ne? Du kannst echt so genial driften damit. Ja. Liegt, weshalb scheiße ist. Was? Weil er so leicht ist, deshalb mag ich den Äther, der ist viel zu leicht. Da fliegst du aus jeder Kurve. Mario, du wurdest gerade gekillt. Ich habe es bemerkt. Er hat sich lecker versteckt, der Knilch. Ich glaube, wir haben ihn. Oh Mann, ist das ein Feigling. Oh, da treibt mich noch nicht mal. So. Mal nochmal über den Haufen gefahren. Ich glaube, der wird bald merken, dass wir zusammengehören alle. Oh. Ah, da hinten ist er. Holen wir uns. Ah, hier ist was gespawnt. Also ich meine Leute, wir haben euch ja echt alle lieb, ne? Und, äh, aber es ist wirklich teilweise echt so, dass ihr einfach, schau, wenn ich mir das schon angucke, na, du fährst um die Ecke und das erste, was kommt, Ich habe nichts besser zu tun, als davon zu schießen. Ganz ehrlich, na, da fahre ich einfach nur über den Haufen, echt. So, liebe Freunde, an dieser Stelle holen wir uns nochmal Juni, würde ich sagen. Juni hat mich platt gemacht, cool. Und ich habe Juni getötet, an dieser Stelle. Ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Tschüss. Sous-titrage ST' 501